Hier sind wir auf der Kölnsee, Querstraße 8. Hier geht der Ocean Drive richtig los. Wir fahren jetzt bis zur 31. Straße. Mal gucken, ob wir mit dem Bus fahren oder mit dem Taxi. Mal gucken, wie da Preise sind. Matthias, was wollen wir machen? Wollen wir mal Bus fahren oder mit dem Taxi? Aus meiner Sicht am liebsten mit dem Taxi, weil mit dem Bus dauert es wahrscheinlich stundenlang, weil ich sehe hier überhaupt kein Bus, dass hier einer kommt. Hier drüben hält gerade ein Bus, Schatze. Mit dem Bus ist es günstiger hierher zu fahren, aber Matthias... Matthias verprasst ja eh das Geld am liebsten, deswegen nimmt er das Haken.